Hallo, hier ist Mafel1972 von MFG. Ich bin heute unterwegs im Kampfpanzer 50 Tonnen auf Kanal und ich möchte hier auf die linke Seite fahren. Zu dem Zeitpunkt ging der Chat noch, der ja inzwischen abgestellt ist, was ich ja nicht so toll finde. Und die Teamkommunikation ist jetzt natürlich komplett vorn Eimer und ich kann persönlich damit lieben, dass da irgendwelche kyrillischen Buchstaben jedes Mal auftauchen und sich irgendwelche Leute dadurch beleidigen oder so. Das ist mir komplett egal, aber was eben überhaupt nicht geht und was auch nicht gut ist fürs Gameplay ist, dass man sich jetzt überhaupt nicht mehr mit dem eigenen Team im Kampf unterhalten kann und dies ist halt wirklich schlecht. Also. So, ich fahre da jetzt dichter ran, um ein bisschen mehr Druck zu machen, weil der ist jetzt auch alleine. Ich habe über die Ketten gezielt, damit ich nicht mit der Heat in die Kette treffe. Der wäre aber auch eine APCR durchgegangen. Aber ja, ihr seht es ja, mein Glück und APCR hier heute irgendwie nicht so gegeben. Ich weiß es auch nicht. So, jetzt müssen wir uns dann um den Leopard kümmern. So, ich war ja jetzt gespottet. Ich warte jetzt extra oder fahre hier so ein bisschen Kreise, damit ich nicht mehr so gespottet bin, bevor ich hier hochfahre. Fahre jetzt vorsichtig hoch. Ja, der TVP da. Guckt auch schon so in die richtige Richtung. Ich mache da jetzt mal einen Schuss hin. Wir gucken mal, ob wir aufgehen. Ich fahre zurück. Nicht aufgegangen. Jetzt dachte ich mir, okay, spotten wir mal ruhig ein bisschen die linke Seite. Der TVP passt da ja oben auf. Und zwei Stück auf dem Hügel, das macht ja auch keinen Sinn. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, wo wir hier was aufmachen können. Das ist, zwei Stück haben wir weggearbeitet. Und jetzt hier, also das kann man sich wieder mal nicht ausmalen. Ich habe versucht, ihn zu tracken. Der ging glatt durch. Also ich schieße von unten durch den Panzer durch und mache keinen Schaden. Dann gut. Ist fair. Muss ich mir einen ganzen Clip jetzt von so einem TVP gönnen. Das tut natürlich weh. So, der ist nie aufgegangen. Und ich habe ja auch geschossen und so weiter. Also der hat sich da wirklich top versteckt. Wir können hinterher mal gucken, ob er Damage gemacht hat oder so. Ich weiß es nicht. Raus. Ich bin wieder gespottet. Die müssen da hinten sein. Na, auf wen schießt er? Da ist noch einer, der auf mich schießt. Super. Freunde. Da ist er. Da ist er. Mit dem Blindschuss natürlich. Aber machen wir gerne. Ging natürlich nicht dahin, wo ich gezielt hatte, sondern deutlich tiefer. Geschwindigkeit der Mumpeln halt auch über. Also das war es jetzt schon auch jetzt nicht so mega schnell. Aber jetzt gesehen war es nicht so super viel Damage oder sowas. Aber eine ganz entspannte Runde, schön runtergespielt und ja, auf den TVP getroffen. Das war leider, hat ein bisschen die Runde versaut. Dass der da hinten mir vier Dinger, der hätte ja auch nicht geladen sein können oder so. Aber ja, da seht ihr, das ist sein Damage hier vom TVP. Sehr schön. So, in dem Sinne, sag ich schon mal Tschüss.